Loda, wer bist du? Grüezi, hoi. Das ist Henry. Hallo Rosa. Hoi. Henry, das ist Rosa. Deine Bäfzger. Nein, kannst du auch denken. Nein, der gehört der Mutter. Aber das Altersheim hätte ihn nicht wollen. Dann schau dich ab. Ja, ja. Seine, jetzt ist er da. Mal schauen, was ich mit ihm mache. Oh, merci. Ja, da. Prost.